Mary Donaldson stand beim Empfang des Diplomatischen Chor im Mittelpunkt. An diesem Mittwoch wurde Schloss Christianborg für den traditionellen Empfang des Diplomatischen Chor zur Eröffnung des neuen Jahres geschmückt, ein Galaabend, der in dieser Ausgabe eine noch größere Bedeutung hat, weil es das letzte Mal ist, dass Königin Margret ihm als Suferinnen vorsteht. Mit ihrer Entscheidung ist es Margret gelungen, die Kontroverse zum Schweigen zu bringen und die Aufmerksamkeit der Dänen auf die Illusion und die Hoffnung auf eine moderne und erneuerte Herrschaft zu lenken, bei der eine klar geeinte Ehe im Vordergrund steht. Der jüngste Schachzug von The Crown hat davon ein gutes Zeugnis abgelegt. In ihrem neuesten Instagram-Post teilten sie eine Reihe von Bildern von der letzten Nacht. Auffallend ist, dass das Bild, das den Post eröffnet, von allen Optionen das Bild von Mary Donaldson im Vordergrund ist. Mary Donaldson hat sich zwei Jahrzehnte lang auf diesen Moment vorbereitet und hat nicht vor, ihn durch irgendetwas oder irgendjemanden überschatten zu lassen. Federicos Frau hat das volle Vertrauen ihrer Schwiegermutter und der meisten Dänen, was es ihr ermöglicht, nach den neuen Zeiten zu regieren, wie es ihr beliebt. An diesem Donnerstag wird er wieder im Mittelpunkt der Silvesterfeuer stehen, zusammen mit verschiedenen Persönlichkeiten des Landes, Offizieren der Streitkräfte und des Amtes für Notfallmanagement. Mary Donaldson's veränderte Haltung Mary betrat den großen Saal des Palastes mit festem Schritt und einer offensichtlichen Ruhe und Gelassenheit, die weit entfernt war von der Nervosität, die sie an den Tag legte, als Lektoras exklusiv Bilder von Federico und Genofive Casanova in Madrid veröffentlichte. Da in der dänischen Presse keine Spur von Genofive Casanova zu finden war, gelang es Maria erneut, den Skandal zu überstehen, der diesmal zu ihrer Thronbesteigung führte. Vor einigen Wochen stellte sich die Frage, entweder Scheidung oder Thron. Die Abdankung ist das, worum Maria selbst gebeten hat. Es fiel ihr so schwer, sich mit der Kontroverse um ihre Ehe auseinanderzusetzen und ihr Image beschädigt zu sehen, dass sie sogar in Erwägung zog, nach Australien zurückzukehren und sich von allem und jedem zu trennen, was Königin Margret jedoch nicht zuließ, da eine Scheidung der Krone irreparabeln Schaden zufügen würde. Untertitelung des ZDF, 2020